Und damit willkommen zurück. Schauen wir mal. So, sieht doch anständig aus, würde ich sagen. Da muss ich gegen zwei Armeen kämpfen, habe aber einen leichten Vorteil. Das könnte sich halt so sparen, die KI. Aber nein. Ich muss angreifen. Ich bin allein. Ich habe nur den Held. Ich muss kämpfen. Klar, irgendwas muss ich machen, aber dann bin ich noch nicht nach Kandun. Bei mir ist das recht. Eigentlich ist es gut für mich, aber es ist so dumm. Ja, ich rieche auch so manche aus. Karol. Na dann. Toll. Wow. Also, da brauche ich halt nichts machen, ne? Das Gebäude ist zackig, aber ich schaue. Das ist komplett los. GG des Todes. Los, weiter. Rorok du. Rorok du. Rorok du. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was das ist. Ich dachte, es wäre, ist das ein Rogasch. Das ist natürlich problematisch. Ich dachte, es wäre ein, ein, ein Hexenkönig gewesen. Das ist ein Rogasch. Ihr wisst, was zu tun ist, dass die Gebäude ist zackig. Hier, noch mehr Un... Oh, jetzt, 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 was. Zaun. Wem mal interessiert zu wissen, ob man Zaun kaputt machen kann. Müssten wir mal ausprobieren. Weil vielleicht kann man, wenn man Zaun zerstört, weil hier ist nichts... Hier ist auch Zaun. Vielleicht kann man diese Weidefläche dann auch bebauen. Das wäre schon nicht schlimm. Naja. Aber dafür bräuchte ich jetzt Belagerungsgeräte, die ich an der Stelle nicht hab, so okay. Der kann so weit. Das ist spannend. Auf. Tod. Noch eine Tolle? Schon mal. Auf. Nö, da verfärbt sich bloß und fängt an zu brennen. Schade, man kann... Doch. es ist so cool ich komme nicht rein hallo schade schade okay ja gut ich dachte ich hätte jetzt neuen trick herausgefunden das wird cool gewesen aber so so bringt das natürlich hat nicht wenig so ich brauche mehr Uruk-Dur Uruk-Dur wo ist man Uruk-Dur 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 na das ist vielleicht hier aber ich glaube es nicht wahrscheinlich ist es eine harte gekodete Mauer was liegt denn da in Sion BAM Uruk-Dur kommt man nicht mit Drachen also mit Flugviechern vielleicht aber ohne Uruk-Dur 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 5 minuten lebenszeit verschwindet das wird schwer Das wird schwierig, weil es ist eine große Map, was erstmal okay für mich ist tatsächlich, also ich kann mit großen Maps umgehen, aber so viele Pfade und Schlangenzunge ganz schlecht, ist jetzt einfach ziemlich nix los. Ich bin hier, um zu dir fliehen. Okay, so. Mach was mal. So. Ist nicht gut, aber es ist... So, der kann den Attentat, der nicht schlecht ist. Ich bin hier, um zu dir. So, da gibt es ein bisschen Geld. Das ist schon mal nice. Oh, das wird dauern. Der Pals ist Holzenhagel. Euer Standdatei. Wir werden das herrscht keinen am Leben. Hm, was? Ihr wisst, was zu tun ist. Erkennen sie ihre Schwächen? Nein, keinen Sinn nicht. Das sind Wuffis. 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 Ja, genau. Da traf ich ihn mit. Wuffis. Wuffis. Da lacht. Da Lacht. Wuffis. Baudherin. 93. Wuffis. Wuffis. Nur seit Tagen schießt, tatsächlich nichts hatte. Ruhe, stell! Verwenden! Stell! Verwenden! 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 Ich weiß, was das ist. Ich weiß nur ganz! Wir haben euch keine Ruhe! Oh! Oh! Noch ein Gebäude, was sich gestellt. Ihr wisst, was zu tun ist! Ah, schlecht ist nicht. Ruhe! Bewegung! Hört auf meine Worte! Ihre Zeit läuft ab! Wir werden dann fertig! Ihr Feind, ihr Grüttern! Das Auge beobachtet uns! Wir haben die Urkube vergrößert! Wir haben die Urkube vergrößert! Uff! Oh! Ausgerübt! Ich weiß, was das Besten ist! Noch ein Gebäude, was ich gezählt bauen! Nein! Da kann ich nichts bauen! Maul halten! Äh! Stammt! Meine Worte sind nicht! Ja! Geht so! Äh! Das ist natürlich saugeil gewesen! Cool! Ja! Dann! andere! Mach auch mal! Kriegerkampfbunnel! Wir kommen an! War einer der Schnelltöten sind angekauft! Mit euch! Wir haben alle den Markt vor Kosten gemacht! Macht dich nützlich! Sie kommen von lieber vor uns! Na ja! Vielleicht überlegen wir's! Sie werden für ihren Verrat sterben! Wo sind das meine Armbausschützen? Ja! War knapp, ne? Ich habe immer nur euch gedient! Meister! Wir werden angegriffen! Kniet nieder vor uns! Oh nein! Nein! Okay! Geschafft! Yay! Toll! Es ist schon ein Spiel! Es ist ja schön, wenn du die vergrößert hast! Das Projekt wird gar nicht! Ja, die können wir auch noch töten! Piu 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 Piu! Hallo? Heute wäre ihr die Pfiff immerarbeit! War an! Baut! Die greifen an! Ja dann... Seit ohne Sack! Es ist schon spät! Macht mal! Macht ihr der Kampf bereit! Hörst's gut! Hörst's gut! Bing, 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 bing! So, lautet's mir schneller! Süß! bevor ich gar nichts ausbilden kann das war ich zu bezweifeln ich kann ja nicht bauen, Ich bin dumm ja dann mach mal den kaputt Ich bin hier, um zu dienen. Gupfe ich mal um. Und einem kleinen Deutsch. Naja. Das ist gut. Schön. Aber wenn der von da kam... Der hat ja nichts. Das halte ich für ein Gerüst. Was ist denn da jetzt? Ja, niemand interessiert sich für Schmollung. Also bei aller Liebe, ich sehe nichts. Das ist so streng. Wo, 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 wo ist denn die KI? Wo baut die denn? Ja, toller Feind. Glückwunsch. Interessiert halt nie. Da noch lauter Oax und alles. Als Optiker in nichts gebaut hätte. Der Garten. Da ist was. Da kann man hin. Da ist was. Tschüss. So. Da geht's mir ein. Da, Baumeister. Töten. Go. Schieß doch. Macht's halt. Also, keine Ahnung. Das war so strange. Aber okay, gut. I take it. Gerne. Also, pff. Hä? Hä? Wäää? Wäää? Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Ja, warte mal. Ich glaube, das dauert länger. Außerdem fühle ich mich gerade nicht mehr so fit. Machen wir hier mal Ende. Kurze Aufnahmesession passt schon. Stück für Stück kommen wir der ganzen Sache weiter. Dauert halt noch ein bisschen. Aber es ist okay. Ja. Kurze Session passt für mich aber. Sag ich mal wieder Danke. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauch-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Mal Nummer 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 Nummerheads Untertitelung des ZDF, 2020